I remember you, you left my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we felt alive, I remember you So meine Freunde und damit herzlich willkommen zum Gartik von Best of 2374. Mal Wir haben uns wieder selber gemalt, die anderen mussten uns nachmalen, ich bin gespannt, ich habe mich gemalt So, mit Archi am Hintergrund. Mal gucken, was Yugi daraus gemacht hat, stark Geil, Leute, stark. Archi auf jeden Fall vertreten, so nix du es. So, Manor hat sich gemalt Manor hat ein vieheckigen Kopf, Bruder, tut mir leid, Mann. Stark gemalt, Kai. Sieht aus wie Peter wie Crackmeyer von Family Guy. Christ hat sich gemalt. Stark gemalt, Chris. Für deine Verhältnisse. Nicht so weit. Das ist der Nils, alter. Sehr gut. Stark. So, Nils hat sich gemalt. Nils hat scheint ein Ohr weg zu haben, ok? Ach, Christ, Alter. Christ, Alter. Christ, Alter. Du kannst einfach nur weinen, Alter. Ja, de-abonniert. Danke, danke, danke. Stark. Geil, Alter. Oha! Oberlimmbar, da steht, du hast Konkurrenten, Junge. Sieht aus wie bei einem Vater früher. Geil, Alter. Ey, das ist mein Nummer eins auf mein Trikot. Das bist nicht du, das ist jemand anders. Okay. Der ist wie mich, oder? Ich hab nur das Auge nachgemacht. Also, das ist nichts gegen euch, das ist wie immer schwarz, ey. Okay, das ist Lukas. Das sieht aus wie oberst Hübsen, Alter. Irgendwie ein Pornuster. Ach, nö. Also, wenn ihr ein Bild kriegt und da ist irgendwas grün, was so grün sein sollte, dann müsst ihr wahrscheinlich davon ausgehen, dass es von Nils ist und der eine andere Farbe meintet. Nein, das ist... Nein! Ich weiß es nicht, dass ich aber... Stark, Alter, der hat sogar unseren, der hat uns da gemalt. Hm. Nils, wir lieben dich wirklich. Wir lieben dich wirklich, Nils. Hi, Andrea, grüß dich. Nils, wir lieben dich wirklich, so wie du bist. Aber ich find's lustig halt. Wir lachen mit dir, nicht über dich. Gibt's keinen Farben-Blinden-Modus bei Gartic-Phone? Huf, Alter. Hä, Alter, what the fuck? Was sagst du? Die Frisur, Alter. Die Frisur ist wild, Alter. Stark. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für uns zum Folgen. Hau doch aus bis zum nächsten Mal. Und... Ciao. Bis zum nächsten Mal.